Bist du bis zum Schluss an meiner Seite? Warum wurde ich noch nicht geheilt? Gott liebst du mich noch. Warum? Warum passiert das? Bei all den Fragen zum Thema Vertrauen möchte ich, dass Sie wissen, Gott kümmert sich um Sie. Und Gott sagt zu mir immer, wirke, bleib weiter dran. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns feste Zusagen gegeben hat, die wir in der Bibel finden können. Ich hoffe, mein neuestes Buch hilft Ihnen, in jeder Lage Gott zu vertrauen. Bestellen Sie jetzt das Buch »Trotz allem Gott vertrauen« unter joyce-meyer.de oder rufen Sie an 040 88 88 411 11.